Hi ihr Leute und willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic. Ja, endlich geht es weiter. Ich habe, wie schon so angekündigt und so, Left 4 Dead fertig gemacht in meinem Urlaub. Deshalb gab es kein Dragon Age Origins, kein Runes of Magic und so weiter. Jetzt ist es fertig hochgeladen und ja, jetzt können wir auch weitermachen. Ähm, wir befinden uns immer noch in Lyonside oder wie auch immer man das ausspricht. Wir haben hier noch ein paar Quests, die wir innerhalb des Dorfes machen können und zwar, ähm, ja, die hier, die Bedeutung hinter der Rune. Ich glaube, das ist die, was ich gerade mache. Ich habe da so ein paar Pfeilchen einblenden lassen, damit ich weiß, wo ich hin muss. Einmal muss ich hier hin. Ja gut, ja, Quest fertig. War ja nicht allzu schwer. Ähm, dann müssen wir erstmal dem Gelben nach, weil der Rote bedeutet, äh, ganz böse. Der ist nämlich hier im Basilisken-Sumpf, wo ich schon drin war. Also zumindest hier. Da zum Sumpf muss ich. Auch ganz viele schlagen, schätze ich mal. Ähm, da muss ich auch noch einiges an Viecher töten, sammeln, was auch immer. Ähm, Schulterstützer, jetzt ist die Frage, upsala, Schulterstützer da, sieben Geschick, da haben wir sieben magischen Angriff. Ach egal, ich nehme jetzt einfach die Leder. So, fertig, aus. Ähm, oh. Zusatzquest, hier, annehmen. Äh, genau. Ja, die Quest halt hier. Die besorgt der Azi Fulan. Okay. Ähm, egal. Wir reiten. Wir reiten erstmal hier runter. Und machen die Quest. Jagdschüler, glaube ich, das müsste das sein. Äh, ja. Die finden wir auch gleich mal. Orange ist, hoppala, leck. Orange ist dann die eine da. Da gehen wir auch gleich hin und machen die Quest fertig. Und ich schleiche mich da erstmal überall halbwegs vorbei. Hier ist der Jäger. Hallo, Jäger des Dorfes. Hallo, Wolf. Du würdest mir Auer machen. Kannst aber, ja, schätzt doch jetzt deinen blöden Papierpfeiler ein. Das gibt's doch nicht. Zehnmal draufdrücken und er macht das nicht. So, der dort. Dann machen wir den auch kaputt. So, Gefahr beseitigt. Dann gucken wir mal. Ja, ich bin noch bei dem. Ah, okay. Hallo. Hallo. Hm. Ah, okay. Wir mussten nur kurz warten. Und jetzt... Hä? Wo läuft denn der hin? Jetzt müssen wir dem, ja, folgen. Okay, ich kann den so nicht folgen. Ich muss da laufen. Hallo. Ja, der rennt gekonnt vorbei. Ich werde vorbei rennen. Daran sind wir alle hinterher. Ja, war ja klar. Alter, ist das ja... Geht mal gar nicht, hä. So, wo ist er? Wo ist er? Ja, toll. Schon aus den Augen verloren. Ach, nee, da ist er. Der hat sogar mitgeholfen. So, den greifen wir auch an. Wenn du da schon vorbei rennen willst, dann kämpfst du auch mit. Ich mach das nicht alleine. Merk dir das. Okay. Äh. Na, na, na. Lass die Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Dort. Bewegung. Go. Alter, hat der die Ruhe weg. Gibt's ja nicht. Komm schon. Move. Faster. Beschleunigung. Komm schon, schalt mal den Garten hoch hier. Aha. Das ist der Ort. Yay. Genau. Intelligenz, Ausdauer, Geschick, Ausdauer. Ja, ich nehm erst mal, was wir da für ein Magier. Damit der auch mal ein bisschen was bekommen, weil der hat ja noch so gut wie gar nichts bekommen von dem Gebiet hier. Oh, Fallen. Drei Stück. Gefangener Wolf. Okay. Lalalalalala. Ah, ja, ich hab doch eins. Ah, Gefangener Bär. Das sind verschiedene Fallen. Okay. Hab verstanden. Bär. Weg. Muss ja nicht unnötig Blut fließen. Oder doch? Hm. Hehe. Na ja, wer mich angreift, stirbt. Ganz einfach. Außer es handelt sich um Schlangen. Dann bin ich mir nicht so sicher. Ah, Teddy. Bär. Ach ne, das sollte ich lieber nicht machen. Könnte gefährlich werden. Na komm, stirb. Na, 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 na. Dankeschön. Dupidudu. Ah, genau. Ja, ist schon etwas länger her. Ich muss gerade mal gucken wegen den Fähigkeiten. Na gut. Stimmt. Halbe kriegen wir ja erst dann demnächst. Meister von Fallen und Bogen ist gemaxed. Passt. Oh, die sind schon wieder gespawnt. Dann kann ich hier noch Wolf machen. Tada. Quest fertig. Wie, die muss ich nicht bei dem abgeben. Dann mache ich erst mal hier Tagesquests aus. Wieder mal. Damit ich da ein bisschen besseren Überblick habe. Hahaha. Langsam sprechen. So. Ah, gut. Dann machen wir uns wieder auf hier da rein. Da können wir dann noch zu Azifulan. Mal schauen, wie viel Zeit hergibt. Vielleicht schaffe ich es auch, zwei Parts hochzuladen morgen. Weil dann kommt einmal Runes of Magic und einmal Dragon Age. Wo wollte ich jetzt hin? Ah, okay. Die steht da irgendwo. Ah, da. Hallo. Da, 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 da. Ups. Da. Kette, Platte, Platte. Danke. Vollgekürzt. Erst handeln, dann reden. Hä? Wenn man handelt, redet man doch nochmal. Weil ich gehe ja nicht hin, zeige irgendwo hin und drücke den Geld in die Hand. Ich versuche da schon ein bisschen beim Handeln zu handeln. Logischerweise. Wenn ich handeln will, muss ich ja reden. Vielleicht. Keine Ahnung. Lassen wir es. Kompliziert. Ja, ich reite einfach mal ein bisschen hin und her vor. Geht in Ausrufezeichen und den Häkchen. Geht ganz einfach. Ja, okay. Wir haben da ja, denke ich mal, schon irgendwas. Ja, der hat schon bekommen. So, dann ist der. Ups. Sala. Nee. Dann nehmen wir was für ein Magier mit. Tada. Tja. Ah. Familien-Twist. Twist. Zwist. Sehr, sehr. Da unten. Oh Mann, da war ich doch gerade. Bäh. Sowas regt einen auf, ey. Okay, was brauchen wir da? Külotalk. Also wir haben jetzt drei Quests. Allein mit Külotalk. Dann brauchen wir noch Sumpfbohrerbe. Die sind hier irgendwo. Holt die Meinung des Vaters ein. Äh. Tee, tee, tee. Hey. Aha. Fünf Basilisken. Wohaus brauche ich da dann? Ach nee, das ist ja die. Jetzt. Ja, okay. Zum Schamanen Fock. Schamane Fock. Kann nicht verfolgt werden? Was soll das? Automatisch bewegen. Oh Mann. Okay, dann schauen wir mal kurz hier, was Waldsucher sagt. So, Schamanen Fock. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass der hier drin ist. Wahrscheinlich stehe ich genau daneben. Ach, leck mich. Ihr habt nichts gehört? Ähm, ja. Schamane Fock. Hä? Ah. Ich muss warten. War mir irgendwie klar, dass der genau neben mir steht? Aber, naja. Kann passieren. Bla. 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 Kommt. Labert schneller. Genau. Reden. Danke. Komm. Beendet. Ich will Punkte. Dankeschön. Ja, wir haben den Punkten. Es gibt so eine Kette, Platte, Platte. Danke. Tschüss. Ah, immer noch nicht. Wieder eine Quest. Aha. Aha. So. Äh. Finde den Sohn in den Sünfen finden. Die kann nicht verfolgt werden. Äh. Wie heißt das hier? Parfrake. Genau. Dann gucken wir mal schnell nach Parfrake. Parfrake. Ne. Ne. Vertippt. Oder gibt's hier wirklich nicht? Warum weg? Parfrake. Ne. Egal. Dann suchen wir einfach in den Basilisten-Sünfen. Da müssen wir sowieso hin. Äh. Ja. Dann reiten wir erstmal da in Richtung runter wieder. Weil da war ja Quest abgeben und so. Und hier unterwegs sind überall ein paar Eierchen versteckt. Soll ich die jetzt ein oder später auf einmal? Ne. Ich reite erstmal da runter. Denn da gibt's eine Quest, die man einfach so abgeben kann. Bei dem Jäger schätze ich mal. Mhm. Mal gucken. Du-bi-di-du. Ich bin schon wieder so spät. Der Wahnsinn. Da-da-da-da-da-da. So. Was haben wir denn da? Stoff-Schulterstützer mit Weisheit und Geschick. Na gut. Wir haben vorhin Schulterstützer schon genommen. Dann nehmen wir da die Schulterstützer und nehmen die Quest hier mit. Die Quest hier mit. Danke. Äh. Meine Güte. Lasst mich doch in Ruhe. Ihr habt doch keine Chance. So. Sag ich doch. Danke. Schützt die Holzfäller. Äh. Verhindert das. Bedrohliche Sables Antige. Fade on. Bei der Arbeitsstörung. Oder wie auch immer. Ah. Ich wollte ja schon sagen. Den kann ich auch wieder nicht finden. Oder wat. Aber. Upsala. Ja. Ich muss das mit dem Mikro noch ein bisschen richten. Ich puste da ab und zu mal rein. Aber das ist keine Absicht. Tut mir leid. Hä? War der Fäder neben mir gestanden oder was? Na. Mann. Ich es hasse. Kommt schon. Ich bringe euch um. Ich mach euch. Oh. Da. Ah. Zwei Stück. Danke. Sehr nett. Ja genau. Sehr nett. Okay. Der eine ist tot. Das ging schnell. Ja. Oh. Da kommen ein paar mehr. Hallo. Du kriegst auch mal den hier. Damit ich da ein bisschen Fokus vielleicht sparen kann. Ah ja. Hallo. Wir hatten langsam etwas viele. Kann man das auch ein bisschen. Danke. Fokus alle. Passt das? Passt. Huh. Aber mit Fokus ist sowas extrem schwer. Beziehungsweise Energie. oder sonstige Gürtel. Da gucke ich mal kurz. Aber ich glaube dann nämlich. Ja. Eindeutig. Ich nehme den Stoff. Dankeschön. Die Hälfte kann ich da eh noch nicht benutzen. Aber egal. Huh. 29. Ja. Bogenschuss. Papierpfeil. Meister von Pfeil. Bogen. Flinkheit. Äh. Pfeil. Ja wollte ich ja nur auf 5 Level drunter. Müssen verlasten. Und dann mache ich den auf 24. Moment. Moment. Passt. Ja. Gut. Äh. So. Einfach mal aufs Reittier hier ins Schwing und analogy. Richtung. Bhal. Ja jetzt muss ich in die Passilisken sömpfe. Oh. Ich habe schon erste Quests hier in dem nächsten Abschnitt freigeschalten. Okay. also hier kann man echt genau questen finde ich wenn die schlangen nicht werden ja gut also ich zeige euch mal schnell hier auf der karte seht ihr überall pünktchen das sind die sumpf boha eier für die quest ein lürenzeit jugendlicher die werde ich dann offscreen machen denn die kann man ganz einfach sammeln da ist in der nähe kein einziger gegner zumindest nicht großartig man kann den also alle guten kommen sind wir ja hier überall ein wirkliches problem die zeit ist fast um ich schaue dass ich da irgendwie hallo da unversehrt genug in richtung basilisten sumpf komme damit ich da das nächste mal weiter questen kann mit euch und zwecks etten und so kein problem könnt ihr gern machen guckt euch meine videos an da habt ihr zwei namen zur auswahl aber bitte unterlass sowas hier ist zwar schön und gut aber wenn da steht ich offline ich offline kann nichts antworten ja wer auch immer das ist hi ich war offline vielleicht bin ich demnächst on aber guck lieber bei protein da spiele ich eigentlich das ist nur wenn ich aufnehme und da noch nebenher zu schreiben ist kompliziert ja ja hier sehe ich schon külotalk ich hoffe ich stehe hier ziemlich sicher ich habe da immer so pech damit ja hier ist überall rote punkte hier werde ich bestimmt sicher sein vor den ganzen vier hoff ich und ja das war es dann auch erst mal viel spaß bei gucken bis dann ciao